Was geht hier vor? Das würde ich auch können wissen. Es ist schwer sich vorzustellen, dass die Mörder sogar in allen Fällen das Fleisch ihrer Opfer essen. Was geht hier vor? Sheriff, glauben Sie, wir können mit diesen Monstern fertig werden? Ach, mit denen ist nicht viel los. Ziemlich vergammelter Haufen. Hier drin sind wir sicher. Aber wie lange noch? Viel Glück. Mein Gott. Sie kommen und holen dich, Mörder. Sie kommen. 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 Vielen Dank.